UNTERTITELUNG Manchmal frage ich mich, ob wir ehemals einen Unterschied machen. Oder ist das alles eine einzige Verschwendung? Sie hätten jeden Grund gehabt, diesen Einsatzort zu meiden. Ich wurde angefordert. Sie hätten ablehnen können. Habe ich aber nicht. Ich bin Tarek. Ich liebe Leute, die Zeit sind. Was? Unser Auftrag ist es, das Dorf vor feindlichen Übergriffen der Taliban zu sichern. Um die afghanische Bevölkerung zu schützen. Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Ich bin in Russland. 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 Was ist die? Die Stadt wird uns töten. Weil ich arbeite für die falsche Seite. Unser Übersetzer Tarek ist einer akuten Gefahren ausgesetzt. Das ist Sache des Auswärtigen Amtes, nicht unsere. Ich frage mich für die Geld. Der deutsche Regierung sagt, ich brauche Proof. Was für Proof? Wenn I'm dead, is this proof? Wenn my sister dead. What's proof? Verdammt, das ist die Schwester unseres Übersetzers. Die verblutet uns hier gerade unter unseren Händen. No, wissi, wissi! Jesper, du bist verantwortlich für deine Leute. Du trägst die Verantwortung, dass sie alle hier heil nach Hause kommen. Da ist den Abstand. Nein, Kraft! Die Kraft! Ich will was aber weiterhin mit einem Lied machen. Komm ja, Basin. Afghanistan ist mein Haus. Wenn ich hier fühle mich, würde ich nicht verlassen. Das war's für heute.